Sehen meine entzündeten Rungen? Der Nobbinator in seiner ganzen Pracht. Der Nobbinator ist ja ein Urgestein. Und die besten Zeiten des Nobbinators sind vorbei. Hast du einen Schlafplatz? Ich penn bei ihr. Hast du einen Plan B? Nobbe, ein ganz alter Kumpel, der aber auch schon lange nicht mehr spielen kann, weil er eigentlich nur noch sollt. Hast du mein Rasierwasser ausgesoffen? Das ist gut, dass Eddy auftaucht. Weil Eddy gibt dem Nobbe dann wieder eine Aufgabe. Eddy wohnt dann bei Nobbe in einer Gartenlaube. Die haben so eine Art WG. Nobbe hört auch oft zu trinken. Also die kommen beide vorwärts und wachsen aneinander. Dat und Alk, Alk und Dat. Für mich ist das wie diamesische Zwillinge. Kannst mich auch trainieren und nicht unter den Tisch saufen. Dann tun sich Eddy und Nobbe zusammen, um dann nochmal komplett neu zu starten. Hier, Nobbe! Das bedeutet für Eddy wiederum, dass er alles ändern muss. Also man muss sein Leben ändern, man muss seine Fitness steigern. Gib mir doch einfach mal einen Anlass dir zu loben. Eddy braucht Unterstützung. Er braucht auch eine harte Hand, die ihm sagt, dass man auf, so läuft es. Ich sterbe! Na dann stirbt langsamer. Wichtig ist ja immer, dass man weiter dabei bleibt. Und wenn man sein Herz erstmal verloren hat, dann kann man davon auch nicht lassen. Mein Leben ohne Tat ist sinnlos. Wichtig ist ja immer, dass man sich finder. Das ist natürlich nicht zu sagen. Wir werden diese Vielen Dank.